Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, die Damen und Herren. Ich bin's, euer lieber O-O und ich bin zurück bei Sam & Max Hit The Road, einem ähh... sehr alten, weirden... ...Adventure. Wir sind Sam, der Hund, mit seinem Sidekick Magnum. Und wir sind es perdeuig, dass ich ein süßer! Kleiner Hase. Okay, let's move on. Wir haben letztens Trixis Wohnwagen aufgekriegt und haben dort eine Karte für Gator Golf gefunden. Ist es das? Daran nehmen wir es. Irgendetwas um etwas Fett. A Broken Golf Ball Retriever. Hm, das heißt wir müssen es irgendwie reparieren. Mal schauen. Können wir es damit reparieren? Das wäre eine gute Idee, aber ich brauche etwas, um die Karte am Ende des Retrievers zu halten. Oh, was mache ich, das habe ich. Wäre ich, das habe ich nicht. Das ist eine sehr größte, schreckliche Kraft. Ich habe mir das schon ein paar Krücken gelesen. Warten wir mal wieder. Das ist eine große, strukturelle Sache. Ich habe nichts dafür, dass ich es damit kreis. Oh, es ist ein paar Krücken. Ich habe nichts für mich. Es ist ein roter Golfball-Retriever mit einer Kuppe. 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 Was denkst du von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus? Er ist mein Idol. Ich habe alle meine Kinder und Kinder nach ihm. Ich habe ihn in der Garage gegründet. Ich werde für den Tag leben, wenn ich ihn in person zu treffen kann. Warum fragst du dich? Uh, kein Grund. Okay. Okay. Was ist ein roter Golfball-Retriever mit einer Kuppe? Bigfoot? Ich habe einen Kuppe. Er war meine Kuppe. Er war meine Kuppe. Ich habe einen Kuppe. Ich habe ihn in der Kuppe und in der Kuppe. Und er hat mich nicht mehr verraten? Er hat 10 Jahre und 20 Jahre? Nein, er fuhr aus. Du hast Hilfe? Jemand hat ihm das Acetylene-Torch gegeben, um seine Kuppe zu schützen. Oh. Der war angebunden. Okay. Ja. Du möchtest nicht hier hier? sólo um die Kuppe zu schützen. Als Zeit zu schütten? Du hast eigentlich auch die Kuppe zu besuchen. Wenn es vor allem Gewohnen gibt. Dies ist eine ältische Jugendseinsamilie. Es ist. Als wir das Problem mit dem Jenkins-Kadd dann hatten, hat mich nicht zu schützen meinen besten Kuppel über den Tod. Na dann. Was kann ich dir machen? Okay. Na dann. In den... Golfkurs. Wormsing forces are aligned against my quest for a Bigfoot. Ditto. Ditto? Hey, look it! It's those two, uh, what was that word, Sam? Misanthropes? Yeah, misanthropes! What are you anyway, the president of the hair club for short people? This is Mr. Conroy Bumpus, fame country and western storm. I'd suggest you show him some respect. Yeah, well, he looks like a lounge lizard to me. And I'll better scalp it just from that bad rug. Maybe you should watch yourself, little furball. Yeah, well, I've got more hair on my fuzzy little butt than you do on that hollow country head of yours. Okay, I've had enough. Nobody makes fun of my hair. Okay. Hold still, you flea-bitten polecat. Hold still, you flea-bitten polecat. Here you go, boss. Warte mal. Max hat einen Kampf verloren. Hey, warte mal. Sie bewegen sich für Essen. Oh, wir haben noch die Fische. Okay. Okay. Ich nehme mal an, ich muss den... Ich muss ihn da rausholen. Okay. Kann ich irgendwie zielen auch? Okay. Kann ich irgendwie zielen auch? Ich muss ihn nicht zielen lassen. Oh ja, wirklich. Hey! Ich bin so scared, Sam. Okay. Äh, können wir... das Wasser... das Wasser... Okay. Äh, können wir... Ich mag Countrymusik! Geh mich raus! Ist der da gut? Ja, ja, mach ich ja eh schon. Gib an Frieden. Oh, der schwimmt zu weit. Das heißt, er schwimmt noch weiter, ein wenig. Mach mal so. Oh. Oh, der schwimmt. Oh, der schwimmt. Die sind in line. Kann ich ja rübergehen. Offensichtlich nicht. Die zwei müssen wahrscheinlich noch richtig stehen. Hierher und swing. Komm schon. Also, das hat es jetzt nicht wirklich besser gemacht, oder? Vielleicht, wenn ich da her schieße. Okay. Hm. Ja, hierher, 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 hierher. Ist das gut so, oder ist das zu nah bei ihm? So, als könnten wir die alle in eine Reihe kriegen auf diese Art, oder? Ha, jetzt! Ha, wir sind so gut! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Hey, Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Sample von Sasquatch-Bur und Mange in der Boote, während ich meine junge Leben warte, warte, in diesem horrible Boote, warte. Warte, Max, komm mal! Okay, hier, du gehst es! Ich wäre besser. Ich bin nicht sicher, wo du es hattest. Das ist nichts von deinem Geschäft, Sam! Okay. Ah, das ist ein anderes Ding. Es ist ein Hunk of Bleach Blond Sasquatch-Fur und Mange. Suitable für Framing! Es ist ein Swatch of Bruno's Fur und Mange. Okay, es sind unterschiedliche, weil es ist unterschiedlich braun. Urark. Kann ich da reingehen? Das ist ein komplett unvergleichbarer Thingamabob. Es ist ein Snowglobe aus Mystery Vortex in Scenic Goldwump, Washington. Ah, das klingt nach... Okay, okay. Der nächste interessante Theme Park offensichtlich, auf den wir treffen werden. Der Mystery Vortex. Oh, und wir haben die Golfbälle auch noch. Großartig. Na dann. Let's better get back. Das heißt, er hat den, ähm, den Sasquatch, also den Bigfoot, eingesperrt. Hey, Golf-Pro-Guy. Was? Okay, nein. Wir können nicht darauf ansprechen. Was? 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 Tja, gute Frage. Na dann. Na dann. Nächster Ort. Zum Vortex. Zum Vortex. Quer durch das Land. Zum Vortex. 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 Ich würde es niemals durchführen. Oh! Wir passen wahrscheinlich schon durch, wenn wir das richtige... Oh, warte mal, wenn wir das... Ich würde es niemals durchführen. Okay. Du sollst es nur anschauen. Oh, nicht antapschen. Das ist ein Schicht. Mit dem Sprechen? Nein. Man kann ihn nur antapschen. Oh! Das ist ein großer Magnet. Ja, sehr groß. Das ist ein großer Magnet. Das ist ein kleiner Magnet. Können wir noch verwenden? Nein. Oh, ein Leber. Den benutzen wir. Einfach, weil wir es können. Oh, Takt ausdrücken. Okay, jetzt haben wir alle drei aufgedreht. Gelb-Blau-Grün, nein, Gelb-Blau-Rot. Gibt es da drüben auch noch was? Nein. Ah, jetzt sind die Türen öffnbar. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, wir haben... Wir haben verschiedene Sachen unten. Wir haben da eine gelbe Tür, wir haben da eine rote Tür, wir haben da eine braune Tür... Ah, warte mal, nein, 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 stopp, 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 braune Tür. Alle drei Farben zusammen sind braun, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder auch nicht. Ist das orange? Ah, ich glaube, das könnte orange sein. Ja, aber in welcher Farbe? Wo ist es jetzt? Also da drüben ist auf jeden Fall violett gewesen. Das ist blau und blau. Okay. Wir drehen mal die zwei anderen ab und schauen... Also wir drehen mal blau und gelb ab. Und schauen, ob... äh, blau und rot ab und schauen, ob wir durch die gelbe Tür kommen. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ah, jetzt ist es grün, weil blau und gelb. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ah, wir sind zu gut. Ah, wir sind zu gut. Und jetzt wollen wir also nicht rein. Wollen wir es rot machen als nächstes? Nachdem wir es jetzt verstanden haben... Stellt sich die Frage, ob wir, wenn wir jetzt rot aufschalten, ob wir dann dieses orange kriegen, dass in der einen kleinen Tür da links ist. Machen wir mal. Hm, schaut wirklich orange aus. Es ist eine Tür. Ha! Okay, wo sind wir da jetzt drinnen? Das ist der erste, wenn ich Schuh vor ist. Stopp turning your head inside out, Max! I can't! Let's leave! Okay, das war also auch nicht. Na dann. Jetzt machen wir gelb aus und haben da rot. Ihr könnt natürlich auch da hinten mal reinschauen, wo's dort hingeht. Okay, wir haben's jetzt rot. Wir können jetzt wohl durch die rote Tür gehen. Ich bin ein Ball of Intellect. Okay. 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 Gut, wir können natürlich noch lila jetzt mal schauen. Das muss blau und rot sein. Okay. Ob man da reinkommt, wo in diesen Teich reinkommt, wenn man blau nimmt. Nur blau mein ich. Aha! Blau! Okay. Komm, Max. Wir müssen durch die nächste Tür. Bitte. Okay. Wir brauchen den Müllaumen derPlatt. Oh, natürlich! Wir machen hier mal ein. Los geht's. Man ist chopper. Wir machen hier. Das ist einfach was wir machen. Man will auch hier. Natürlich machen wir. Wir machen hier. Ich bin Sam. Er ist Max. Wir buchten Pumps. Und wir überachievers. Das ist cool, Mann. Ich bin Savule. Was willst du mit mir? Hey, Sam, schau. Okay. 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 Okay.